Wir schauen uns heute den Testsieger CX7 an. Der schneidet im Vergleich von Akkustaubsaugern der Premium-Klasse am besten ab und hat mit 96,8% das Testurteil sehr gut bekommen. Er schafft nämlich eine exzellente Beseitigung von Tierhaaren, hat starke Saugleistung auf allen Böden, egal ob Teppich oder glatte Flächen und die beste Reinigungsleistung auf Polstern. Ein unglaublich flexibler und vielseitiger 2-in-1-Akkustaubsauger mit immenser Power und Reinigungskraft. Ohne Kabel, ohne Beutel, ein vollwertiger Bodenstaubsauger und praktischer Handstaubsauger in einem. Mit umfangreichem Zubehörset für eine gründliche Reinigung überall. Perfekt für Allergiker und ausgezeichnet mit dem Seal of Approval der britischen Allergy Foundation. Inklusive praktischer Ladestation, aber auch ohne Station steht der CX7 von selbst mit Parkfunktion für Saugpausen. Der CX7 ist für jede Körpergröße mühelos einsetzbar. Und Sie wissen spätestens jetzt, warum der CX7 Testsieger ist.